die 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 hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wobs Revolution mit Fabio und Marcel so richtig ja so korrekt ist korrekt das hast du schön angekündigt danke ach du scheiße nein ich komm da stehen alle auf dem Haufen nein nein Fabio nein nein da kannst du voll leicht da links wegfließen genauso wie da das ist die gleiche nur im Gruselgarten ja und nochmal ach du scheiße ach du scheiße ach Gott was hat Fabio denn da für tolle Fäsche ey sehr grausam ich hoffe ich bin in der Lücke auf ich bin so lass mich in der Lücke auf lass mich in der Lücke auf oh guck ganz rechts zwei Stück zwei Stück auch los bitte nicht bitte oh nein ja unten links die beiden sind von mir jawoll ja toll recht ey schon ist die Bomberverteilung wieder richtig ass das stimmt ich weiß nicht ob es klappt vielleicht wir sind gegen Kante ne doch ja ja meinst du mal das Pfand weg ist ok ja das bleibt nichts da unten ist noch eine Mine wir sind kann man das nicht doch hh hehehe schießt mal den blauen da weg Mustaassel Der spends das ist falsch das ist falsch aber geil, aber geil Marcel genau so war dein Plan, oder? ja, ich wollte erst mal testen ja, ich wollte erst mal testen los komm, bitte sei der da oben dran ja ja, mach doch du hast mal den Lamid frag dich nicht nein mach doch den Hermit hin hör auf du hübsch er hört sogar auf mich fragt, ne? Nch oh Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Er hat uns... vielleicht... er hat aber... deinen Lobben wahrscheinlich nicht mitgenommen. Ja, wir spielen gleich den Modus Zerstörung, Frau! Was hast du denn eingestellt? Ähhhhh... Weiß ich nicht... haha... Ähhhhh... Das wird nichts... Oh Gott! Stupid! Stupid! Leave me alone! Nein! Ey komm, bitte lass den da! Wir können da ab... äh... wir können da gemeinsam ganz friedlich zusammen leben, ja? Ja? Ach Marcel! Jetzt muss ich auf dich gehen, ist dir schon bewusst, ne? Soll das denn Drogen sein? Ja! Fickst du jetzt auf! ... Dwammd Frtt Prfby Ach wie geil die da stehen, das ist unglaublich! Ja... Ja, doch ganz система voll! Mir lag recht gewesen, wäre einer in der Mitte da-einfall in ein Loch gewesen wäre-mau-da-in-diesel-klein-Loch-ücken, ja? Ah da kommst du aber nicht mit einmal drüßt... Schade... Blолет! Geld 42 5 Wird das sein, dass sie nicht schließen? Das wird mit... äh, das wird mit 5 Sekunden mehr. Was soll die denn hinziehen, Fabi? Wie soll sie denn zwischen den meinen nacken? Ja klar, mit voller Brunnen oder was? Er wollte auch erst mal testen, weißt du? Immer Hardgas doch! Ich weiß, was richtig geil wäre Marcel? Du warst ein Baseballstieger bei den 66ern und du rotzt beide runter. Nein, kein Verpacker, kein Baseballstieger mehr. Oh toll. Muss ich ja wegen dir schon verschwenden. Ja! Na ja, bis jetzt nicht. So eine Schuld, ne? Na toll, oh Gott! Ich bin alt! Ja, ich bin... Ach, ne, da kommt gleich noch vorbei. Jetzt musst du mit dem aufreiten und dann so'n Ding da einfach hin machen. Da kann er doch reinkommen. Das könnte noch wichtig werden. Nein! Die Rechten, die sind still perfekt, oder? Flammenfaust, Flammenfaust, Flammenfaust. Ja! Sprüge mein Wurm nicht an! Da hat... Da hat kein gutes Gefühl bei. Ja, der will schon mal auf deine blauen gehen. Ja, der will schon mal auf deine blauen gehen. Was? Hartgas! Oh, lol. Guck mal. Du kannst das natürlich auch machen, da hast du schon vollkommen recht. Ach, jeder auf seine eigenen da mal? Ach so, okay. Ne, nur Fabi auf seine eigenen. So Fabi, ich zeig dir, wie das geht. Ja, jeder auf seine eigenen. Oh, ja. Du hast hartgas, komm schon. Kein Wind, das ist ja optimal. Geh auf sein eigener Körper. Nein! Ja. Oh, Alter, der ist aber ganz schön knapp da, ja? Das war genau auf meinen Kopf, Alter. Ich muss wohl auch erst mal können. Von da hin auf meinen Wurm, ja, auf den Kopf. Oh, Gott. Ah! Let's go! Ja. Ich glaub, die Entscheidung gefällt dir zu dir. Ich glaub, die Entscheidung gefällt dir zu dir. Oh, ich hab Wind, ne? Gottchen. Hui! Was könntest du in deinem Besten machen damit? Hui! Junge. Nählich. Alter. Dann werf jetzt einfach eine Granate hoch. Eine Sekunde schnell. Nein! Nein! Jetzt stehen die noch besser für dich, ja? Ja, mein Kind. Oh! Ich bin fast dran! Hahaha! Hey, lass mich dauern in die Einruhe! Ich hab dir nichts getan! Nein! Ich hab halt da hinten anfangen! Ah ja, doch, doch! Werf dich! Ja, los! Spiel einfach eine Runde ohne mich! Das war aber nicht beabsichtigt! Doch, doch! Ja, klar! Das sah aber nicht danach raus! Hab ihn aber nicht, ja? Ich weiß! Ja! 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 Das war echt! Wolltest du doch den Hunderklapp von Fabi weg! Nein! Ah! Gott! Ja! Bazooka! Sind sie beide weg! So sieht natürlich auch! Ah! Ah! Meinst du so oder so? Ja! So! So ist gut! Ah! Oh! Der eine ist weg! Oh! Der könnte den anderen noch wegkrotzen! Bitte lass den einen noch wegkrotzen! Fuck! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Jawoll! Hahaha! Oh Gott! Ey, Marcel führt ganz schön, ne Fabi? Was? Nein! Ach, der ist dran! Oh! Warte! Ja komm! Bordig weiter! Ach! Ach! Gleich hast du ne Kiste! Ja vorhin! Gleich hast du ne Kiste! Auf! Hallo! Junge! Bob! Äh! Mach doch nix! Junge! Was hast du bekommen? Äh! Warte! Ich glaube es war ein Teleporter! Ich hab gar nicht so drauf geachtet! Gott! Alter! Ich hab den Esel bekommen, aber ich hab nicht drauf geachtet! Ich hab den Esel bekommen, aber ich hab nicht drauf geachtet! Ne! Esel! Du bist ja so relativ! Heimkann... Er hat ja nie heilige gehe! Ach, einige haben mir, oder? Ja, aber heilige! Hey! Habe doch nicht auf mich! Hallo! Ja, der geht auf mich! Ey Marcel führt, ne? Oh... Der ist wieder so typisch, Fabi! das ist ein bisschen witzig hat total witzig das hat er eben gerade eine runde gemacht was du gehörst er geht auf mich macht Sinn was ich jetzt machen soll ja du hast Witt wer war eine Granato ja ne ja ja oder eine Bazooka ja ja kann ja nichts passieren ja werf die ruhig weiter nach rechts hin die macht Bogen du hast voll gewinnt Junge ja ist ja gut doch tritt dich bestimmt noch selber mit Loh du musst die auch hochwerfen Halt Maul ja die hätten doch nicht mal so vor der Höhe gereicht Halt Maul boah man hat noch nicht mal ein Jetpack willst du mich verarschen ja das ist ein scheiß Spiel ja echt mal hast du dir eingestellt ja ich will was neues ausprobieren ich will was neues ausprobieren irgendwann ja die will was neues ausprobieren Wauw 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 Das schaffst du nicht, du hast Gegenwind. Du schaffst, hä? Wieso geht das sowieso nicht? Nein! Ein Stück höher, äh, ein Stück, ja, noch ein Stück steiler. Steiler. Hä, warum bist du jetzt dafür den Schritt an links gegangen? Hä? Ja, aber... Mach der denn das? Verstehst du nicht. Ich höre das auch so. Verstehe ich auch nicht. Ja, die geht doch wieder nur auf mich. Bleib da, bleib da! Ja, doch, 30 Schaden gemacht. Obwohl sie Ewigkeiten nicht werden wollen. Das gibt Gift noch. Ja, das war die auch noch schon gemacht. Was ist die? Das war aber nicht beabsichtigt. Ja, wenn der alte Roma pupst, dann ist das schon mal Gift, ne? Ja, was soll ich denn da unten machen? Was soll denn? Ja, der kleine ihn doch auf. Ja, der bazooka, dass ich runterfalle. Du solltest ein bisschen finden, ne? Ne, ne, so pass was, ne. Pfff! Pfff! Egal! Egal! Ja, dann ist das egal. Aber... Ja, der hat irgendwie nicht... Ja, Granate auf zwei Gründen... Für eine... Für zwei... Für zwei machen, glaube ich... Nein, oh Mann! Ihr meint, er hat einen Weg bekommen von alles! Nö, mich nicht! Passt aus, jetzt kommt Mr. Incompetent! Merkwürdig! Ooooooh! Dort wurde Anderlecht 1-1! Ooooooh! Oh fuck! Fuck! Da kennt Mr. Incompetent! Ooooooh! Naja! Wollte er weiter, ich wollte einen Durchflug machen! Ja, natürlich! Ja, ja, klar! Das ist mir gelungen! Nichts anderes gedacht! Damit ich euch besser wegkriege, weiß ich! Ach so! Natürlich! Habe ich nicht verstanden! Damit ich euch besser fressen kann! Ja genau, daran habe ich auch gerade gedacht! Ja, komm! Hau meine Rente nicht fixen! Wie steht er denn? Ab da oben immer noch! Ja, um... Ne, den anderen! Ich dachte... Mach den Sinn für mich wieder! Ja, ich nehme den anderen dann Alex! Ich nehme den anderen dann Alex! Weil ich bin doch... Ja, oder? Ja, genau! An dem habe ich gedacht! Ja, hätte ich mir nichts zu sagen! Beide Käste! Ich dachte, ich kann euch mir im Prinzip mal einen langen, ob der ist stört oder so! Ach komm! Ist das dein Ernst? Ups! Ja! Ah! Oh mein Gott! Auf, wer kommt die nächste? Ach du Scheiße! Oh, bitte! Ja! Das hat sogar funktioniert! Das hat sogar funktioniert! Das hat sogar funktioniert! Habt sogar funktioniert! Ich hätte nicht gedacht, wo ich hinbekommen bin! Da bin ich! Ah, Alex! Du bist jetzt besser! Ja! 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 Hallo! Das ist Tatsache! Oh Gott! Wow! Geil! Wir sind raus! Das war ein falsches Parlament, als verschwendet! Das war jetzt mal! Das muss ja jetzt ehrlich zugeben. Das könnte sogar was wären. Oh Gott nein! Oh Gott! Das ist ja deine Runde, Ne? Oh Gott! Oh Gott, ey! Ah, wie soll ich denn machen? Ne, der ist dran, ne? Ja, der ist dran. Dann könnte ich kacke. Bitte nicht. Komm, eine Runde noch wenigstens. Nein, wie soll ich dich wegmachen? Das hat gar nicht. Kanpan, wie ich dich wegmachen soll. Das ist jetzt einfach nur ein Versuch. Das schaffst du schon anders. Aber jetzt noch nicht. Komm, jetzt noch nicht. Ja, sowieso nicht. Das ist einfach nur ein Versuch. Ja, aber trotzdem. Jetzt noch nicht mit der Granate. Wie geht ich mit der Granate? Komm, jetzt noch nicht. Warte. Ja. Hier, aber in und Tests. Warte, warte, in und Tests. Warte, warte, in und Tests. Warte, warte, in und Tests. Ja, 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 ja. Warte. Ja, 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 ja. Warte. 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 Oh, Gott! Ich krieg doch Super Scharf. Damit ich in den Nest machen kann. Super Scharf hat mir gerade das Leben gerettet, glaube ich. Ich hab kein Plan mehr, was ich machen muss. Jetzt fehl ich mal eine Runde, ne? Oh, wir dürfen wieder, wär für mich ein Halb. Ja, komm mal nochmal. Oh Gott, du hast Wind! Du hast Wind! Wie farb ich von der Lege lenken muss! Du hast aber mächtig Schweigen gehabt, so. Yeeeey! Stell dir vor, du hättest ein bisschen mehr Wind gehabt, ne? Oh, shit! Ja, das wär schein. Ich werd nur kurz anmerken, dass Alex wieder führt. Ja, und? Ja, jetzt! Weil Fabi grad deinen weg gemacht hat. Das ist mir grad egal. Ja, schade. Oh Gott! Nein, geh doch weg Marcel! Hör doch auf! Ich bin das jetzt unfair, dass er kein Wind hat. Oh Mann, das will jetzt noch nicht. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Ach Mann. Bitte, du fliegst nicht ganz ins Wasser. Bitte! Nein! Nein! Das war ja mal taktisch krug. Das war immer mehr Glück als Verstand, Junge! Gib doch wenigstens zu! Das war alles taktisch durchdacht. Das war alles taktisch durchdacht! Das war alles taktisch durchdacht! Du machst es doch für ihn nur noch einfacher! Ey, genau! Ja, aber ich kann mich doch hier rein teleportieren! Oder? Mach das! Was bringt's dir? Musstest du es tun! Ich wusste es tun! Musstest du gar nicht! Musstest du gar nicht! Oh, jetzt hat er Wind. Achso, da hat er kein Fälsch. Nee, das war da aber nichts. Ja, nicht von da! Ja! Wie wird kein Fram? Okay! Wohl beim Wasser ab! Ja, du sprichst einfach 17 Minuten, bis das Wasser steigt! Ja! Sehr gut! Ich will mein Fram überladen, also noch 15 Minuten. Und noch vier! Ich halt noch da! Oh, ich doch gerade! Ja! Ja, warum machst du auch den scheiß Bogen da rein, sag mal! Ja, ich wusste es erst wieder! Ich wusste das erst nicht so! Oh, wie das aussieht! Oh, ja, jetzt wird es lachs! Oh mein Gott! Da kommt wie er es versaut in Fabi hoch! Ist ja unglaublich! Das kommt voll an der Kiste vorbei! Schau! Schau! Komm in der Kiste vorbei! So, jetzt wird es auf der Kiste vorbei! So, jetzt wird der Kiste vorbei! Lass mich mal so wohl- The- Ich mach mal eine Granate runter! Hahaha! Mach mal! Bitte! Nee, ich muss was- Obwohl, es gibt noch Zeit, um vernünftige Dinge zu erledigen! Bo- B衣 Ich muss das tun. Er ist geplatzt, oh nein! Ich weiß nicht, woher wir gehen. Oh, weißt du? Was ist das? Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was ich gezogen habe. Ich weiß jetzt nicht. Ein Überfall. Boah. Alex, glaubst du, ich komme da rüber? Ja. Pfff, ich klo. Loi. Klar, ohne ehrlich zu spüren. Drückgeleert hast du? Ja. Pfff, ich klo. Ja, bleib doch nicht da stehen. Oh. Ich wollte gerade zurückgehen. Ich habe... Nein, rechtsflüge. Ich kann froh sein, wie ich bin, warum ich immer habe. Stimmt. Da, da kannst du auch froh sein. Da habe ich Glück gehabt. Das stimmt. Da habe ich Glück gehabt. Ja, ich kann nichts machen. Ja, ihr seid echt inkompetent. Ja, ich habe nichts. Dann überspringen einfach. Ja, dann werden wir mit Basuka oder Granate rüber oder irgendwas. Aber nichts machen ist so klicke. Ja, so. Das bedeutet nichts für die Aufnahme. Lieber selbst hier. Ja, so geht es natürlich auch. Machst du auch keinen Schaden mit, ey. Ich habe nichts gemacht. Der Professor. Der Professor. Joachim. Junge! Alter, Fabi. Nein. So dumm wie Hundescheiße, ne? Als ob du jeweils rüberkletterst. Nein, ich spring mal. Der ist jetzt nicht gestorben, so ein Wichsen. Alter, warum spring ich nur da rüber? Der ist nicht gestorben. Der ist nicht gestorben. Der ist nicht gestorben. Ich glaube, das funktioniert auch noch nicht. Das ist ein Überfall. Der bringt da alles keinen rüber. Aber das wird doch nichts. Du musst noch ein Stück nach vorne. Das ist sicher. Junge, wenn du jetzt hier... Ja? Ja? Ja, mach getan. Ja, ich sehe jetzt den Plan. Ja, ist doch gut. Das war dein Plan. Ja, das war dein Plan. Ja, das war mein Plan. Das war mein Plan. Weißt du, nur wegen Inkompetenz gewinnt der jetzt. Erst kommt Fabi seine dazu, jetzt auch noch seine eigene, ey. Gott. Hallo.